Nehmen wir schon auf. Oh, these vessels neutralize the immediate threat. All Allied units, now in a state of enhanced vigilance. Command has ordered the Aquitaine to spearhead the operation in Gamma Draconis. The Sheevan vessels that destroyed the vigilance were not of any class encountered in the Great War. The light cruiser, designated Rakshasa, and the fighters, designated Mara, have been added to your onboard database. This is our first contact with this species in over three decades. Our objectives are clear. We must secure Gamma Draconis for face annihilation. I'm a second time. This is Lieutenant Samsa! Sseis, Samsa, ey! Ich will loslegen! Oh, jetzt flieg ich ja selber nach! Was ist das hier? Ich bin der Pimpi auf dem Posenhof, ey. Fick dog. Ja! Ach, 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 ach. Auf dema, auf dema. Schuss! Los geht's! Command, this is Atomach 2. We're in. I've got a visual on the subspace portal. How many hostiles in sensor range? One-wing Amaras closing in fast. The behemoth is 2.5 clicks out. Two freighters and a half a dozen cargo units are in the depot area. Destroy those fighters. The Chivas will send reinforcements, so let's secure this area as quickly as possible. The Maras are too fast. I can't get a lock. Show us how it's done, sir. Yaaaay. It's so fun Maras and runs. It's like its time to get a find. I can't see anything like it. These fighters are unbelievable! Auf Wiedersehen! Z Check your six! Check your sex! Join the base! I know that I must go through the Ley of Constance, it'll be Alejandro Voltaire. That was a great explosion! Wieso? Voll abgezogen! Jetzt kommen wir zum Schuss! Wieso? Das war's für viele Deaths in Peace. Oh, das ist nochmal was super! Der geht in den Arsch, versuch'n bis er brennt! Scheiße! We've got a new fighter class here, designation Astaroth. Where's the Carthage? We need reinforcements, ASAP command! Take evasive action, Pilots! Help is on the way! There's too many of them! Sending the Carthage and get us out of here! The Carthage and Darsha will emerge from trapped space momentarily. Stand by. My Dab's too. They missed. It's been a nice line event. The Trank's the middle of Pozen. Yeah, 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 yeah. We are directed to incoming jump signatures from some space point. Mach die Gorka Patrick! The Trank's the top portion has entered the system and see Goliath. The Trank's the middle of Pozen. 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 Super! Abgelutzt! Scheiß Schiwana! Destroy those fighters. The Sheevas will send reinforcements, so let's secure this area as quickly as possible. The Maras are too fast. I can't get a lock. Objective neutralized. I've never seen anything like it, and these fighters are unbelievable! Juhu! We win! Say that! Don't be happy too early, Kevin! Eh, should I do that? Check your sex! Dude, if it goes further, then we're so mad at the end of the end! Hey, a loser! Up to pick! On the other side! I'll wonder if you're the next time! I'll end it in a while! Wait, dude, but that's a lot! At that moment! Okay, man. I'll do it in my mind! Okay, man. This is the game! Wait, I'm sorry. I'll do it again! Blah! Nein, schaffe ich dich. Und da ist schon der nächste scheiß Mara. Kommerkos an der Butterhofstuhle. Geht nur noch, dass der jetzt noch sagt Sorg mich nicht, ich will nicht laufen Ich bin voll mit Schockis 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 Hier kommt die blöde Fighters Herzlich Willkommen beim größten Cowboy-Indianer-Spiel der Welt Wir haben eine neue Faktor-Klasse hier, Designation Astaroth. Wo ist die Carthage? Wir brauchen Reinforcements, ASAP Command. Das ist die Klasse. Hilf ist auf der Weg. Es sind zu viele von ihnen. Steigen die Carthage oder kommen wir hier! Die Carthage und Narschor werden von Sub-Space momentan. Standby. Die Carthage und Narschor werden von der Klasse. Das ist die GtD-Garrenz. Was ist Ihr Status? Sie haben sie verabschiedet. Sie haben sie verabschiedet. Das war, wir haben sie verabschiedet. Sie haben sie verabschiedet. Sie haben sie verabschiedet. Sie haben sie verabschiedet. Sie haben sie verabschiedet. Versuch nicht, dich zu verdrücken! Sie haben sie verabschiedet. Sie haben sie verabschiedet. So, Nachbrenner durchdrücken! Das war's für heute. Blöder Cain, lass dich zerstören. Reiß ihn in Stücke. Genau, lass dich in Stücke reißen. Bäm. Lutsch, mein Schwänzchen. Bombe. Hey, zeig doch mal. Ich hab keine Raketen mehr. Mist. Dann teilen wir das Schiff auf und dann verspann den jeder versenkt. Wir machen halbe halbe. Ende von Bombe. Das klappt. Lass uns das noch fertig durchziehen. Ich bin derjenige mit aufgenommen und das will er wahrscheinlich nicht. Ich bin der Rad. Na, überst du den Rokus Opportuniert. Oder 62? Der Rad. Der Rad. Der Rad. Der Rad. Kaboom! You survived your first sortie against the Sheevans. Though we had only a small opposing force to contend with, survival is half the battle. With...